Stimmt, er hat beim HSV auch gegen uns getroffen. So ein abgefälschter Freischuss war das hier. Also was ihn ausmacht, ist eine unheimlich gute Bewegung im Strafraum. Er ist nicht berechenbar. Er weiß sich sehr, sehr gut anzupassen im Strafraum, sehr gute Laufwege. Er ist nicht immer so, dass man jetzt sagen würde, bei einer Flanke geht er auf den ersten Pfosten oder sowas, sondern da reagiert er sehr gut auf die Spielsituation. Das ist schon mal etwas, wo wir sehr eng orientiert im Sechzehner ihn verteidigen müssen. Er versucht auch viele in die Zwischenräume zu kommen aus seiner Position. Er spielt ja meistens als einzige Spitze vorne, also wobei neben ihm Kajubi, jetzt Richter, manchmal auch Heller ihn natürlich auch unterstützen, aber er ist der Mann im Zentrum und geht von da auch häufig weg ins Mittelfeld. Das macht er auch gut, wobei ich finde, dass er da durchaus auch manchmal Möglichkeiten gibt, vielleicht Bälle zu klauen. Das sollte für uns auch ein Thema sein. Aber gerade seine Strafraumpräsenz ist etwas, was wir unheimlich gut verteidigen müssen und das geht dann letztendlich wahrscheinlich sehr viel in der Box über eine Mannorientierung. Vorher nicht, aber in der Box über eine Mannorientierung.